Wir haben das erste 3D geführt. Wir haben das erste 3D geführt. Die fliegt aber in echt nicht mehr. Die dürfen dann mitziehen. Die wurde gerade vom Aufzug abgeholt. Dieser Lüft geht ja gerade wieder runter, der holt die nächste Maschine dann ab. Der fährt hier immer auf und runter, um die Flugzeuge abzuholen und dann zu den verschiedenen Elektro-Aufzug. Amerika für 60 Autos. Das ist der größte der zweite Rechte von mir. Ein Team. Die vergleichen wir drei verfallen. Die haben die beiden die Kumpels hier. So, dann war das für mich zu leben. 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 So, dann war die Kumpel. Schwach. Bis zum nächsten Mal.